Moin liebe Frugalisten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zum Beginn dieser Woche ist es an der Börse mächtig rund gegangen, die Kurse sind nach oben geschossen und es lag natürlich an den News von BioNTech und Pfizer zum neuen Corona-Impfstoff. Unsere Depots standen seit langer Zeit mal endlich wieder in den grünen Zahlen und viele Menschen haben sich im Zuge dieses kurzen Trends nun wieder für die Börse interessiert. Mir ist allerdings aufgefallen, eben weil mich auch einige Fragen bei Instagram erreicht haben, dass viele Neuaktionäre gerade drohen, diese typischen Anfängerfehler zu machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch nach einer Umfrage bei Instagram, dass ich genau diese Fehler nochmal aufgreifen möchte und auf diese Fehler aufmerksam machen will. Eben genau aus dem Grund, dass ihr diese Fehler, wenn ihr jetzt möglicherweise gerade Neuinvestoren seid, nicht unnötigerweise begehen müsst. Wir als Frugalisten oder als Interessenten der finanziellen Abhängigkeit sind natürlich irgendwo auf die Börse als Werkzeug angewiesen, aber aus dem Grund, dass wir unser Geld vermehren wollen und nicht, dass wir unser Geld verlieren wollen. Bevor ich jetzt auf diese typischen Fehler zu sprechen komme, wie immer meine Bitte, wenn dir das Video gefällt, drück gerne auf Gefällt mir und wenn du an den Themen Frugalismus und finanzieller Freiheit interessiert bist, kannst du mir auch gerne folgen und vergiss nicht die Glocke zu drücken, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Jetzt soll es aber mit dem Video losgehen, ich wünsche dir viel Spaß. Ich bin selber zwar noch ein halber Anfänger im Bereich Aktien, allerdings habe ich versucht, mich frühzeitig mit diesen typischen Anfängerfehlern auseinanderzusetzen, in der Hoffnung, diese gar nicht erst zu begehen. Das ist mir nicht immer gelungen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das bringt mich gleich zum ersten und wahrscheinlich häufigsten Fehler, nämlich das blinde Investieren in Einzelaktien. Gerade in dieser Woche sind einige Aktien mega nach oben geschossen und ich habe mitbekommen, dass sehr, sehr viele Börsenanfänger gleich einen mehrstelligen Betrag da rein investiert haben. Wenn du von Aktien, insbesondere Einzelaktien, noch überhaupt keinen Plan hast, dann empfehle ich dir erstmal bei einem stinknormalen ETF zu bleiben, bevor du dein erspartes Geld in irgendwelche Einzeltitel hineinbutterst. Denn oft ist es so, dass man versucht, auf diesen fahrenden Zug irgendwie aufzuspringen, diesen Trend oder Hype noch mitzunehmen und gar nicht weiß, in was für ein spekulatives Geschäft man letztendlich eigentlich investiert hat. Achte da also vor allem in Zukunft drauf, dass du nicht in irgendwas investierst, was nicht automatisch schon breit gestreut ist und wovon du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Das bringt mich zu Fehler Nummer zwei und zwar, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Börsenneulinge schießen sich gerade am Anfang besonders auf die Kennzahl der Dividendenrendite ein. Eine hohe Dividendenrendite bedeutet allerdings nicht zwingend, dass ein Unternehmen besonders gut wirtschaftet oder dass eine Aktie besonders gut ist. Es kann sogar das genaue Gegenteil bedeuten, eine hohe Dividendenrendite kann mitunter auch ziemlich ungesund für das Unternehmen sein. Ich rate dir eh am Anfang davon ab, in Einzelaktien zu investieren. Wenn du es allerdings doch machst, dann solltest du darauf achten, dass du das Unternehmen allumfassend analysierst und dich nicht nur auf bestimmte Kennzahlen berufst. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, wo ich mitunter auch auf eine Aktienanalyse eingehe beziehungsweise wie ich das Ganze analysiere. Vielleicht hilft dir das Video, da kannst du einfach mal reinschauen. Ich verlinke es dir hier oben in der Ecke. Fehler Nummer drei, investiere nur in die Dinge, die du auch verstehst. Das ist natürlich eine alte Börsenweisheit, die wir alle schon hundertmal gehört haben. Allerdings neigen wir trotzdem alle noch dazu, uns immer wieder selbst zu überschätzen, gerade was unsere Intelligenz in Bezug aufs Investieren angeht. Bei mir flattet in letzter Zeit immer mal wieder E-Mails ins Postfach, die sich auf Kryptowährungen oder Cannabis oder auch Wasserstoffaktien beziehen. Da wird mir immer die hohe Rendite versprochen, allerdings habe ich von diesen Investments überhaupt keinen Plan und deswegen investiere ich auch nicht da rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Hype gerade um Wasserstoff- oder Cannabisaktien zum Beispiel auch viele Anleger lockt, die sich selber noch gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die dieses Thema auch nicht wirklich verstehen, die aber trotzdem ihr Geld in diese Aktien stecken. Und da möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen, vermeidet diesen Fehler auf jeden Fall. Damit einher geht eigentlich Fehler Nummer vier und zwar sollst du keinem Hype hinterherjagen. Nur weil alle sagen, dass zum Beispiel die Wasserstoffaktien gerade boomen und das ein lohnendes Investment ist, solltest du nicht einfach dein Geld da rein investieren. Denn was passiert eigentlich bei einem Hype? Bei einem Hype springen alle noch auf einen fahrenden Zug auf und erhoffen, sich etwas von dem Kuchen abzubekommen. Die, die am meisten profitieren, sind aber eigentlich nur diejenigen, die diesen Hype frühzeitig erkannt haben und frühzeitig eingestiegen sind. Wenn du jetzt, ich sage mal, nachträglich in diesen Hype investierst, dann befindest du dich ja als Anleger am obersten Peak schon und nur mit etwas Glück kassierst du dann auch noch einen Teil der Rendite. Es ist allerdings nicht wert, in diesen Hype zu investieren, denn das Risiko ist viel zu groß, dass der Kurs anschließend wieder in den Keller rauscht, denn den Hype hast du ja möglicherweise fast schon verpasst. Nur weil eine Aktie also nach oben schießt, bedeutet das für dich nicht gleich, dass du auf jeden Fall rein investieren solltest. Guck lieber darauf, dass du in unterbewertete Aktien investierst und diesen Kursschwung bzw. diesen Hype selber wirklich in vollen Zügen mitnimmst. Fehler Nummer fünf, vermeide Daytrading. Es gibt nur ganz wenige Daytrading-Götter, sage ich mal, die wirklich mit Daytrading ordentlich Kohle machen können. Das bedeutet, die innerhalb eines Tages auf eine bestimmte Aktie wetten, diese zum Beispiel frühmorgens günstig einkaufen und einige Stunden später zu einem deutlich besseren Kurs wieder verkaufen. Wenn du dieser Daytrading-Gott bist, dann macht das Ganze natürlich wahnsinnig viel Sinn. Ich gehe aber mal davon aus, dass die wenigsten meiner Zuschauer wirklich Spezialisten in diesem Bereich sind. Deswegen rate ich dir auf jeden Fall darauf zu verzichten und werde vor allem hellhörig, wenn dir bestimmte Werbungen 5% Rendite pro Tag mit Daytrading-Modellen versprechen. Das ist in aller Regel Humbug. Denn auch André Kostolanyi hat schon gesagt, wenn Börsenspekulationen so einfach wären, dann würde es keine Bergbauer und keine Bauarbeiter mehr im Allgemeinen geben, denn dann würde einfach jeder Spekulant werden. Der vorletzte Fehler lautet, du sollst nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist natürlich auch eine Weisheit der Börse. Auch da ist allerdings viel Wahres dran und das vergessen die meisten. Viele Leute besparen ein ETF zum Beispiel auf den MSCI World, sagen aber noch, dass sie auch ein bisschen Spielgeld haben und das Spielgeld ist ungefähr der gleiche Betrag, wie das Geld, was in den MSCI fließt. Dieses Spielgeld wird dann zum Beispiel auch für Apple-Aktien ausgegeben oder für Microsoft-Aktien, einfach weil man diesen Trend mitnehmen will. Man vergisst allerdings dabei, dass sobald der relative Anteil von Einzelaktien und vom ETF gleich hoch ist, man natürlich ein extremes Klumpenrisiko hat, denn wenn diese wenigen Einzelaktien im Depot ausfallen, dann zieht das natürlich den ganzen Depotwert massiv runter. Deswegen solltest du immer darauf achten, dass der spekulative Anteil zumindest diversifiziert ist beziehungsweise einen nicht so hohen Anteil im Depot ausmacht. Darunter fällt zum Beispiel auch P2P. Nur weil P2P eine gute Rendite verspricht, bedeutet das nicht gleich, dass man einen hohen Teil seines Vermögens in P2P investieren sollte. Das solltest du also vor allem auch immer auf dem Schirm haben. Der letzte Fehler, den ich gerne noch ansprechen möchte, bezieht sich nochmal auf ETFs und meint eigentlich das genaue Gegenteil vom vorherigen Fehler, denn man kann sich auch toddiversifizieren. Was meine ich damit? Nun, du besparst wahrscheinlich gerade zu Beginn den MSCI World und das ist auch prima. Allerdings hast du jetzt Blut geleckt, du möchtest gerne weiter investieren und weil du aber nicht die Füße stillhalten kannst, bis zur nächsten Sparplanausführung, suchst du dir derweil noch andere ETFs. Dir kommt zum Beispiel der ETF auf ein Emerging Market in den Sinn, auf ein S&P 500 bzw. auch ein ETF auf zum Beispiel die besten Tech-Werte. Du hast nun aber so breit gestreut, dass du schon wieder ein Klumpenrisiko drin hast, ohne dass du es vielleicht bemerkt hast. Denn was ist passiert? Nun, im MSCI World zum Beispiel hast du unter anderem sowas wie Apple oder Microsoft drin. Das sind allerdings auch die wertvollsten Unternehmen im S&P 500 und zuletzt sind das auch noch die wertvollsten Unternehmen im Tech-Bereich. Du hast also durch diese breite Streuung am Ende wieder so große Anteile von denselben Werten drin, dass du letztendlich nicht wirklich diversifiziert bist. Da solltest du also auf jeden Fall darauf achten. Man kann eigentlich sagen, weniger ist auch in diesem Fall wieder mehr. Suche dir also nur einen einzigen ETF raus, vielleicht zwei, drei ETFs, aber dann belasse es auch dabei und vor allem schaue, wie die Schnittmenge innerhalb dieser ETFs ist. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir ein wenig helfen können und vor allem hoffe ich, dass ich dich ein bisschen für die Fehler an der Börse sensibilisieren konnte. Du kennst jetzt also die häufigsten Fehler und ich hoffe, dass du deshalb in Zukunft nicht so ein großes Leergeld zahlen musst. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du das Video positiv bewertest und mir folgst, falls du es noch nicht getan hast. Ich würde mich aber noch sehr dafür interessieren, welche Fehler du noch kennst beziehungsweise welche Fehler du an der Börse schon begangen hast. Schreib das gerne in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Hab noch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann.